Die Welt hat eine CD, also ein gepresster Hexenteufelwerk, wo Musik rauskommt. Und wenn das nicht gefallen hat, dann nehmt einen Schein, da steht eine 5 drauf, eine 0, eine 0, notiere seine E-Mail-Adresse drauf, werfen ihn rein, wenn wir rumgehen, wir werden uns rumgehen bei der Person im Helden sehen. Wir laufen, dann spielen, dann kommt's aus. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020